und wir sind zurück jenner zu holen und genau wie man sieht das ist Blankton und ich bin Felschlob da hat sich nichts geändert was sich geändert hat ist der Quest ich habe jetzt hier Catch a Ride ja richtig und sie haben TH für Redneck Kollege hat irgendwie auch sein TK Barhau guck mal da ist er ok die Sniker fände ich gerade ziemlich geil wenn ich sah ja mhm komm und mach ja gefällt mir was war das keine Ahnung Knarren sind das was sind Knarren einsammeln da müssen wir nicht hin oder wir müssen nach links wieder ganz woanders hin andere Richtung komplett ja das passiert wenn ich vorrenne das war schon Prozent ja da waren ja da waren ja Typen die mussten wir killen das war auch vor vielen vielen Jahren war das das war auch schon mal so die Mäse haben wir gehetet hallo müssen wir das benutzen oder was das war die Quest übrigens okay ja jetzt müssen wir Bonehead Dickhead erledigen und Digistruct was ach Digistruct 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 Module ja ok so kriegen wir hin rein und los schrotflintenmann 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 oh ich probiere zu überleben es funktioniert nicht das mehr achja was kann ich wiederbeleben dann mach das oh was du musst dich doch wohl kehlen können wo bist du ich seh nichts was geht mit denen ab ey das ist ja unglaublich oh der hat der hat sein Messer nach mir geschmissen ach du kannst Ivo respawn halten ach schein ja aber dann weiß ich wo ach so ah hä jetzt hab ich schon über 300 bezahlt die waren Level 10 oder machen wir Quests für die wir noch nicht irgendwie geeignet sind kann das sein keine Ahnung oder sind wir grad übelst mega irgendwo reingerannt und äh oder mhm 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 keine Muni mehr für die eine Knarre mhm shit vielleicht geben wir noch welche kaufen oder nice ja das war ein header mit der Schrot oder was ne oh das Messer wow 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 wie viel Messer hat der denn also Äxte oder so in your head oder ey du warst doch tot ich hab dich doch gegessen was geht mit dem mach mal was mach mich mal ganz ja ich bin selber tot ach so dann macht eh zu respawn hahaha hat der sich selber hochgejagt ich weiß es nicht ne ich lasse mal ich gucke erstmal Munition wo war der ja wenn es weitergeht habe ich kein Geld mehr hier na gut 4000 hab ich noch Muni ist weg mhm ah ich glaube ich kann noch ein bisschen Sniper Muni boah so so glück machen wir wir haben jetzt auch Granaten ne denk mal dran ja ich hab von schnell einen geschmissen aber ich weiß nicht ob der angekommen ist aber der tut mir auch ganz schön hart gerade mhm ich geh schon mal hin snipen ok vielleicht kann ich immer noch zwei rausschießen Bonehead ja so kämpf ist er hä? und? passiert was? ja schießt auf ihn auch aber ich weiß früher war das auch hier übrigens blöd also ich kenn das glaube ich noch ja das ist übelst doof war oh was ist denn das für ne kack Sniper ey dem hab ich grad noch gar nichts abgezogen dem Typen 7 denn seine Leiste bewegt sich nicht immer da haste recht irgendwie ja komisch oder? ja an dem ist auch ne Ausrufezeichen dran alter alter weißt du wie schnell der man grad das Schild weggezogen hat das ist wahrscheinlich Bonehead oder so ne Bonehead ist der dahinter ja lass mein Bonehead wegziehen wie bei Battlefield da kann ich auch keine Granaten auch ich hab grad ein Krillegel gemacht denkst du alter das ist mir grad was ist denn hier einer? der ist grad von oben runter gekommen wow was hat's aber auf? mal schnell Schild regenerieren ja nur noch eine Granate hm ich hab keine mehr machen wir irgendwas falsch? ne das ist hier so glaub ich also das war früher wie gesagt auch voll behindert weil hier konntest du vorher halt noch nicht richtig leveln das hat mir einfach ne Waffe ja ja was haben wir für Scheiß Waffen ist die Frage der Typ hat mich grad instant runter gezogen Schild und 24 und noch 24 Helfer noch ich hab ein Krillegel gemacht du kennst du den Krillegel gegen ein Enemies? dein HUD kann den Tarkets Level, Hilfe und Schildstreak je höherer Level ein Enemies je mehr gefährlich sie werden hm ist so ein Totenschädel macht die Liebe aus dem Staub hm ok das ist doch mal ne Ansage also wenn ich meinen sehe alter sind mit dir ich hab ihn schön runter gezogen wo sind die wo sind die ich seh'n ne ich seh'n ne ich bin tot hm ein Scho ich kann doch was machen oder wie immer ein Header Alter ich fahr auch und machen wir überhaupt Schaden ach ach also Schaden nicht wirklich es schägt ja aber ist irgendwie komisch hm sind wir noch zu niedrig levelig? naja aber hier kannst du noch nicht wirklich leveln vorher Ich find der war ein besseres shield kaufen oder so Ich hab schon ne gute. Ich hab diese GGN 9 Sniper. 68 Damage. Ich glaub wir müssen einfach nur näher ran, aber das macht ja auch keinen Sinn. Nee, das hat gar nichts gebracht. Ich hab mit der Schrote drauf geschossen. Mal Granaten kaufen. Hm. Mal schauen. Tja, irgendwie, ich weiss auch nicht. Mal wie viele da noch unten auf der Karte sind, ne? Ja, das sind noch mega viele, ja. Da kann man ein Quest angucken. Oh ne, cool. Difficulty card. Oh, Junge. Komm, vor allem passt. Das ist so viel Level 10, ne? Das steht zumindest in der Questbeschreibung. Oh, wir haben gerade irgendwas vergessen und äh... Meinst du wir sollten schon Level 10 sein? Ja. Kommen gerade auch alle raus hier. Kommen alle raus? Können wir so einzeln wegziehen? Ja, so ein bisschen, ja. Das war doch einer von den Standorttypen gerade. Hm. Diese Purser sind halt komisch, auch mit dem Ausrufezeichen dran. Ja, die kriegst du halt gar nicht runtergeschossen irgendwie. Kritisch, kritisch ziehst du 5 ab oder so? Und der Bonehead hat ne mega Knurra. Ja. Alter, der hat mir komplett das Schild weggezogen, ne? Ja. Hm. Ich hoffe auch nicht ganz, was das hier soll. Haben ihn getötet, glaub ich. Nee. Ich hab grad 1000 Erfahrungen gekriegt. Ich bin tot. Du hast 1000 Erfahrungen bekommen? Hm, für irgendwas. Wunderheit krieg ich schon, um dich wiederzuleben. Oh. Das ist unglaublich. Weil jetzt sein Schild ist doch immer übelst schnell wieder oben. Hm. Wo ist er dazu hin? Ich glaub... Ah, rechts ist er. Ich bin noch nie rausgelockt. Was ist denn nur noch alleine? Nee, die anderen sind irgendwo weiter links. Und die unendlich viel Muni? Ja, ich glaub schon. Ja, ich glaub schon. Ich krieg ich da nie. Ich baue ich schon aus dem Stau. Nee, also das war sinnlos. Das hat nicht funktioniert. Aber nicht immer ansatzweise. Nein. Nein. Jetzt kommen wir wieder rausgerannt. Naja, lass ihn doch. So. 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 bei uns und mehr ist es klappt nicht und zu mir noch mal aufs Level beziehungsweise da muss man wie es schnell und dem Weg noch haben das war zu dem Anwalt bei dem Anwalt im Standort Level 10 Recomenz und Haupt aber muss vor allem so passen mit mir ein Stück von der Storyline Ja, irgendwie... Ich bin ja nicht bekannt eigentlich. Ich bin immer wieder der Styper. Wir brauchen heute neue Mods. Hm... Okay, ich bin voll. Ja, äh, sag mal ein Wort. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß, dass es damals schwer war, aber dass es nicht möglich ist, will ich nicht wahrhaben. Ja, ist irgendwie... irgendwie komisch. Probieren wir es mal probieren oder was? Hm, müssen wir ja irgendwann. Ja. Kommen! Ja. Hast du denn die Weiche rausgekommen oder was? Mhm. Mhm. Hast du ihn umgebroxt? Ja. Hast du ihn umgebro... jetzt kommen doch die scheiß Hunde hier wieder. Sport Ammo. Mhm. Das Unboxen. Haha. Wird auf den Dates gebrochen. So. Also hier waren wir schon... in der Ecke hier waren wir schon mal nicht schlecht. Alter. Ich hab noch neun Health. Geil. Hast du keine Dingens mit? Keine was. Ja, ich kann einfach meine Spezialfähigkeit dann anschalten. Oh, ich hab nur einen. Okay. Ich bin tot. Er hat durch den Stein geschossen. Oder von hinten kam er an. Das ist immer schön. Na, von hinten. Oder? Nee. Ja, von hinten. So. Okay. Ey, Alter. War hier wieder Kucknauer hier? Wie viele kommen hier noch? Level Ab. Ja, da müssen wir so lange machen, bis wir starr genug sind hier wahrscheinlich. Oh. Wollt Kaynball auf Warcraft spielen? Nee. ist so komisch das bringt auch nichts ne? Gar nicht oder? Das Schild ist bald runter aber danach ist auch unmöglich ihn irgendwie abzuschießen ja vor allem ist es so schwierig ihn zu treffen und jedes mal wenn er jetzt ausweicht um das Schild wieder zu regenerieren ist halt sein Schild wieder regeneriert und Hedda bringt irgendwie auch nichts, finde ich Alter, komm, hier, jetzt Schild ist schon wieder voll Schild ist schon wieder voll Adam Kritiker das bringt ja einfach mal gar nichts Jawohl, Bersack Hinter dem ist noch einer Boah, hier sind da übelst viele, ey Boah, das kannst du voll knicken Hä, weißt du, wie viele Hedmonster hat, da bestimmt 1000 oder 2000, 5000 oder so, weiß ich ich habe ja die Kleen gerade so Welche Kleen? Na diese nicht dicken hier Die ohne Ausrufezeichen oder was? Ja Die Scherzer gerade so Na die sind, na die sind okay Na ja, aber Ja, auch nie besonders smooth Hm Wo bist denn du da oben raus? Ja Bringt ein bisschen was, aber nicht viel Hallo? Ich glaube, das hast du gestorben Der haut mich auch immer und ich bin tot Okay, ich könnte das Geld auch plündern Jetzt sehen wir echt fast nichts ab Leila Das macht echt keinen Sinn Wir kriegen ja auch 1000 XP für so'n Für so'n Typen, wenn wir die gekillt haben, ne? Das macht glaube ich keinen Sinn Äh, sieht ein bisschen so aus, ja Ich mach mal Ich würde vielleicht doch erst hier, äh Ding ins Killen gehen, ja Ding ins Killen gehen? Keine Ahnung, hier Hutten, die bisher blöde werden oder so Okay, ich hab schon mal eh weg gemetzt Ich geh mal zum, hier Zum Redneck Ich meine, die schaffen wir jetzt ohne Probleme Das macht ja keinen Sinn 1000 XP, wie was denn das? Ja, 1900 XP und Jetzt schießen mich die Typen schon wieder ab hier Welche Typen? Ja, die da aus dem Lager kommen Aus dem Banditenlager Aber das sind einfacher, oder? Ja Jetzt zieh ich auch weg wie blöd Das macht überhaupt keinen Sinn Jo, wer gesniped Äh, wir haben neue Quests Äh, wir haben neue Quests Mal gucken, was wir machen müssen Okay, wir müssen mal in Skekali Okay Und da müssen wir was umbringen Okay Okay We gained Skillpoint Achso, warte mal, ich hab ein Level Ein Level bekommen Ähm Shield Strength Explosive Reload Hm 6% Mini Damage Okay Okay Dann, ähm Wollen wir ihn mal richtig gefailt? Ja, aber ordentlich, ne? Hm Vielleicht, äh Kann es da irgendjemand einen Tipp geben Naja, wenn wir jetzt Hast du jetzt ne Quest? Ne Hast du keine Quest, oder? Doch, ich hab die Quest angenommen Wo sind die, ne? Guck mal, ich hab ja jetzt hier TK ist live und live Wir hatten ja noch übelts viele Na, dann macht's ja oft keinen Sinn Ja, dann machen wir das Nee, die sind completed Nee, ich meine die anderen Beelden Ja, dann machen wir die erstmal Bei Level 10 sind wir ja Offensichtlich nicht Machen wir die Level 7, ne? Hm, na, Level 7 und Level 9 Genau Das macht schon Sinn vorher Hm, naja Alles klar Ähm, machen wir hier einen Cut? Ja Dann machen wir weiter Und fangen wir mal richtig an quasi Fangen wir mal richtig an Also, falls jemand weiß, was wir falsch gemacht haben Oder ob das wirklich anders ist Naja, wir haben eine scheiß Quest genommen, ja Okay Na dann, ähm Ja Bis zum nächsten Mal Ich bin Felscher Ich bin Planko Tschüss Tschüss Ich bin Planko Ich bin Planko Ich bin Planko Ich bin Planko